Sie machen ihre Reunion offiziell. Diese beiden können offensichtlich einfach nicht ohne einander. Seitdem Daniela Büchner, 43, und Ernesto Monte, 43, Ende 2020 bekannt gegeben hatten, dass sie ein Paar sind, führen die zwei eine waschechte On-Off-Beziehung. Nach ihrer letzten Trennung kam es sogar zum bösen Schlagabtausch im Netz. Die Goodbye-Deutschland-Bekanntheit unterstellte ihrem Ex sogar, nicht zu wissen, was Liebe ist. Dieser Instagram-Zoff scheint nun aber Geschichte zu sein. Denn wie die beiden verraten, sind sie nun wieder zusammen. Ernesto's süße Liebeserklärung und Dannes Reaktion zeigen wir im Video. Erste Annäherungsversuche im Mai Nachdem es nach dem Liebesaus zu unschönen Äußerungen kam, glätteten sich die Wogen im Mai langsam wieder. Sagen wir mal so Wir beide haben uns wieder vertragen. Wir reden wieder viel miteinander, erklärte Ernesto im Bildinterview und versicherte, ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex zu pflegen. Kurz darauf kam es erneut öffentlich zur Auseinandersetzung, hoffentlich zum letzten Mal. Mal hast du mal im Bildinterview Bob коман. Malha Herr